Abadaku, ich nehme das Thermometer dieses Mal. Ich hoffe, der hat mich noch gehört. Kleiner Kaffee für zwischendurch, deswegen gerade diese komische Bewegung. Okay, ähm, ich bin bei 100, 100, ich bin bei 99, ich komme nicht mit rein, Darko, du hattest auch gerade, oh, ich bin sogar bei 98 gewesen, okay. Ja, ebenfalls. So, ähm, Foto vom Geist, Teammitglied Zeuge eines Geister Events, Bewegungssensor habe ich hinzugefügt, Joseph Martinez, ähm, und alleine, yo, bist du schon wieder laut, äh, genau, allein. Na dann. In Darkos Arsch sind es 16,5 Grad. Nichts. Are you here? Bist du da? Are you there? How old are you? Where are you here? Where are you? Where are you? Where are you? Hier. Im Keller ist ein Knochen, ich mache ein Foto. Im Keller, äh, 8 Grad. Ich gehe Videokamera holen. Okay. Kannst du rausgehen? Warte kurz, ähm, Ike, deine Gradzeit ging runter auf 2, super. Okay, na, solange man noch keinen Atem sieht, sind es keine Gefriertemperaturen. Are you here? Are you here? Are you here? Hast du das Buch noch dort? Das müsste noch im Van liegen. Are you there? Buch liegt ja unten eins. Kannst du die Talkboxen versuchen? Äh, ja, ich mache aber das Licht mal aus wegen Videokamera. Ey, gefriertes Reparatur, ich sehe mein Atem. Are you here? Bist du da? Ich habe es gehört mit der Talkbox. Ebenfalls. Äh, so, wenn jetzt so ein Ort da wäre, nice. Äh, Demon, Markorder, äh, gespenst. Es ist kein Ort zu sehen. Also Buch oder Fingerabdrücke müssten dann noch sein. Oder, äh, Buch, Fingerabdrücke oder, äh, Ort. Es können immer noch sein, dass auch noch keine Response sind. Hm, nee, das glaube ich nicht, weil wenn der gequatscht hat, dann müsste auch schon Ort da sein. Die kam nämlich immer ziemlich zuverlässig, die Hobbes. Geisterbuch. Das war knapp. Es ist ein Dämon. Easy. Das ist ein Dämon. Das ist ein Dämon. Das ist ein Dämon. Eine Aufgabe auf jeden Fall erledigt. Wir brauchen noch, äh, Bewegungssensor. Hat denn jemand im Inventar? Äh, ne, ne. Scheiße. Also ich nicht, aber das, was platziert worden ist, war ein Infrarot-Sensor. Hm, dann haben wir den anscheinend nicht mitgenommen. Und Foto vom Geist muss man noch machen. Apropos die Sanity. Oh ja, noch über 60. Oh ja, noch über 60. Oh ja, noch über 60. Oh ja, noch über 80. Bye. Bye. Das war's für heute. Geh weg. Haben wir Fotos vom Geist? Ich nicht, ich habe keine Kamera dafür mitgebracht. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber irgendjemand hat ein Foto gemacht, wo er im Schrank ist. Das war dann ich, dann habe ich mich verklickt. Das war's für heute. Warte mal, Theo 2 hier. Ich meine noch viel zu mir. Links oder rechts? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's eigentlich, ja. Einzelne Personen oder Gruppen. Einzelne. Das war's für heute. ęp ähnlich. lord ... und Schrank ... Erefeifungsbuff – Das war's für heute. Das ist ein Maßbild verkackt. Ich dachte gerade ein Eichbettlohn oder was, weil er nicht redet, aber gut. Nö, ich hab mir das Auto nebenbei im Dunkeln angeguckt. Was, du in der Garage? Ja. Okay, ich bin raus und es geht wieder los. CO2 ist noch drin, oder? Ja, da hat sie im Schrank versteckt. Habe sie gerade gesehen? Die Troller. Oh, was ist das denn? Ich glaube nicht, dass es zählt. Oh, oh, oh. Ja, ich war immer drin, wenn ihr auch drin wart. Du ganz ehrlich, CO2 soll rauskommen und dann mach mal los. Wir haben ja Zeug gefunden und gelöst. Das gibt dann auch wieder Geld. Warte mal, mach. Was steht du noch? Bewegung kannst du draus? Den haben wir nicht. Haben wir den echt nicht mit? Nee. Oh, wir haben so vielen Scheiß dabei und das nicht. Wir haben den jetzt mal Wortsend somit. CO2, damit ihr jetzt auch Geld kriegt und nicht noch mal rein müsst, zwecks Stern, wollen wir losmachen. Wir wissen ja, was das für ein Geist ist. Wir haben ein paar Fotos mit Interaktion. Ich würde sagen, Sarko, weil der nur eine Taschenlampe reingeknallt hat, nochmal rein. Der hat eine Taschenlampe reingeknallt. Okay, der hat nur die starke Taschenlampe reingeknallt, also. Was hat mich reingeknallt? Hä, Taschenlampe? Ja, du hast ja nur eine starke Taschenlampe dabei, oder? Ja, aber wenn ich sterbe, kann ich gar nichts mehr kaufen. Na dann, nehmt ihr. Das ist das einzige, was ich kaufen kann. Aber ich kann noch mal rein. Deswegen sag ich ja, wir könnten im Grunde auch los machen. Weil erstens, wir behalten jetzt das, was wir hinzugefügt haben. Wir müssten locker jeder 100 Kröten kriegen. Also... Haben denn alle schon ausgewählt? Ja, ich hab den Dämon eingelockt. Er wird eingelockt. Im Fall. Ich hab den Glas voll Dreck. 135 sogar! Also ich muss sagen, das Foto vom Geist ist echt... Also... Ne, ich kann die Nacht nicht... Ich kann die Nacht nicht mehr schlafen. Also... CO2, du hast den Geist gut getroffen. Der sieht ja mal richtig hässlich aus. Gut, dann ist hier Folgenende.